So Freunde Willkommen zum Turnier, ach ist das ja falsch ey Mann. So Freunde Willkommen zum vierten Tag des Bonus Booster Turniers, alle Boni fügen einen Angriffsmultiplikator hinzu, 5 Sterne Blau ist immer neu gesperrt. Wir sind einmal eingekauft, Defensive ist auf C, oberes C sogar, wir sind an B dran, das ist gar nicht mal so schlecht. Sehr schön wenn wir die nächsten beiden Tage ohne Niederlage durchkommen würden, dann wäre es sogar noch akzeptabel. Da bleibt das Team ne? Wir gucken auf die Flanken, das sind die die wir raus knipsen können ohne irgendwie schwach zu sein. Ah hey blau, blauer Diamant, geht gut los. Ja okay und tschüss. Das will in die Hose gehen, kannst du fest von ausgehen. Wir haben zwar jetzt hier unsere gelben Steine so ein bisschen, aber Mr. Odin löst jetzt aus, aber wir sind schon halb tot, aber nicht gut. Wir gucken jetzt, dass wir hier noch einigermaßen irgendwas killen können. Aber selbst wenn wir Vivica jetzt einen Start gekriegt haben, Wanda ballert uns da jetzt eh alle raus. Ja, das ist wieder so ein typisches, äh, steck mich am Arschbord. Ähhhhh. Ja. Was haben wir für Möglichkeiten, dass irgendwas kommt, wenn wir die grünen spielen könnte, Lila kommen, was geht in sie rein? Das will ich ja nicht. Wir werden irgendeinen Match haben, was vielleicht so in Odin reingeht und Odin zumindest noch killt. Ja, das lief natürlich jetzt optimal, wenn der ganze Rest vorher beschissen lief, aber das war noch okay. Ja, mehr passiert jetzt hier nicht wirklich, ne? Jo, also soviel zum Thema, es wäre schön, wenn wir das alles ohne Niederlage hinkriegen würden. Vielen Dank, Board. Vielen Dank dafür. Hm. Müssen wir da einfach mal ein bisschen anders an die Sache rangehen. So. Wo ist denn? Da. Dann müssen wir das mal so versuchen. Ja, das passt sogar bei dem Mittel, das geht. Wollen wir tauschen. So. Ja, versuchen wir es mal. Das Turnier ist eigentlich eh scheiße. Also war von Anfang an irgendwie nicht super, ne? War irgendwie nicht unser Turnier, von Anfang an nicht. Was hast du noch? Ja, das ist über der Hälfte. Warum musst du das denn tun? Warum musst du wieder direkt auf den Heiler gehen? Warum muss dieses Spiel teilweise echt so scheiße sein? Wirklich. Ja, Auto-Attack auch drauf. Genau. Hm? Ja, ja. Sicherlich. Sicherlich. Warum nicht? Können dir. Ich verstehe das nicht. Also dieses Turnier zeigt dir echt immer den Mittelfinger, ne? Oder in 80% der Fälle zeigt es dir echt den Mittelfinger. Och, Mann. Weißt du? Sonst heilen die immer erst oder laden die erst bei der dritten Aufladung. Du hast Schiss davor und was auch immer. Und hier fängt sie einfach. Sie macht einfach direkt beim ersten Mal. Scheiß drauf. Als würde sie es wissen. Jetzt würde sie genau wissen. So, jetzt muss ich. Damit ich maximalen Ärger anrichte. Ja, super. Komm. Onyx haut mir jetzt noch Cage weg. Ne, aber den Heiler. Naja, immerhin. Immerhin etwas, ne? Immerhin. Hat sich der Hit gelohnt auf den Heiler. Immerhin. Ein Panther wolltest du mir killen. Ja, kannst mich am Arsch lecken. Das klappt nicht. Und die Kombo war natürlich wieder unser Untergang. Ah ja, klar. Ah ja. War ja klar. Ach komm. Das kannst du mir ja nicht erzählen. Ach, weiße. Was soll ich hier für ein anderes Team nehmen? Ich kriege eh keine Steine. Komm. Ja. 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 Also irgendwo musst du ja den Preis auch zahlen für einen guten Krieg. Ja. Irgendwo muss die Rechnung wieder kommen. Und die haben wir jetzt wieder hier gekriegt. 696 ist das dein Scheiß. Das stimmt nicht mit dir. Ja. Das stimmt einfach nicht mit dir. Ein Zug noch. Ja. Kann ja eh nichts anderes spielen. Da hab ich in Sim rein spiele und sie macht einen Attack-Up oder da hab ich in ihn rein spiele und der macht den Attack-Up. Ist eigentlich scheißegal. Läuft eh alles aus dem Ruder. So. Komm. Okay. Oh ja. 2 Auto-Attacks sind so gut wie down. So. Wir gehen jetzt hier rüber. Da ist kein Gegenschlag. So. Wow. Wir haben nichts. Wir haben wieder nichts. Ah. Wir haben wieder nichts. Gleich fängt die Olle an hier. Erst kommen sie. Sie halten natürlich. Sie macht den Attack-Up. Ja. Nochmal für die beiden. Ach. Was soll's. Scheiß drauf. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Scheiß auf das Turnier. 600. 650 bei Cage. Natürlich. Natürlich. Beide Heiler. Siehste. Ja. Beide Heiler rausgesnipet wieder. Pick dich. Wirklich. So. Dann gehen wir Selbstmord hier. Es ist so ein Dreck. Wirklich. Ich verstehe das wirklich nicht. Kannst du mir doch nicht sagen. Drei Spiele. Drei Matches. Drei Niederlagen. Ohne Chance. Ohne Chance. Niente Chance. Ich muss. Wenn ich jetzt hier. Wenn ich heute auch noch diesen hier. Dann mach ich den letzten Tag nicht. Wirklich nicht. Ich mach ihn nicht. Kannste. Kannste sich drauf einstellen. Dann gibt's morgen kein Video. Weil das ist. Ich lass mich doch nicht verarschen. Jetzt mal ganz. Gelb. Und nehmen wir mal rot mit. So. Hör. Oh. Ach so. Du musst da mal leider gehen. Ich brauch ja noch einen Heiler. Nicht, dass es irgendwas bringt. Wenn wir mit zwei Heilern reingehen. Weil wir können sie eh nicht laden. Aber ich muss ja den Schein warnen. Boah. Schluck auf, ey. Okay. Also drei lang, vier langsame. Ja. Wow. Wow. Ich sehe die vier gelben hier, ja. Das können wir jetzt auch machen, weil hier unten dann rot ist. Genau. Baller alles da in Vivica rein. Genau. So. Das war es dann mit Rot. Gelb kommt auch nicht. Jetzt hätten wir Lila gebraucht. Sehr schön. Wunderbar. Dann gucken wir mal, was jetzt hier, was Schönes rumkommt. Noch mehr Lila. Geil. Geil. Guck mal, jetzt machen wir Blau in Lila im blauen Diamanten. Toll. Bravo. Respekt. Respekt. Jetzt heilt Vivica. Ja, sehr schön. Sehr schön. Läuft alles nach Plan. Alles genauso, wie das Spiel es geplant hat. So. Jetzt kriegen wir voll von Bertilla auf den Sack. Gucken. Oh, wir leben noch. Oh. Wer hätte das gedacht. So. Dann gucken wir mal. Warte, wir schießen mal hier auf Asla. Warte, wir machen erstmal Attack ab. Minion wird ja nicht geklickt. Macht gar keinen Schaden. Keinen Schaden. So. 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 Aber. Selbst, falls wir das gewinnen sollten, ja. Es ist ja noch nicht, äh, ein Stein gemeißelt. Dann liegt das aber auch nur daran, weil hier nur Langsame sind. Ja. Wenn das Schnelle wären, wären wir schon längst weg gewesen. Hätten wir schon wieder nach Hause fahren können. Dann wären wir null Chance gewesen. Das Spiel ist so scheiße, wirklich. Da ändert auch kein, ein guter Krieg nichts dran. Der wahre, das wahre Gesicht zeigt sich hier wieder in diesem Turnier. Du kannst mir nicht sagen, dass das, äh, vor allem, wir haben ja das Team noch nicht mal geändert. Wir haben ja, wir sind ja die ganze Zeit mit dem Gleichen reingegangen. Das heißt, selbst wenn die Boards sich ändern würden, ja, was sie ja tun, das wissen wir ja alles. Das ist ja alles jetzt hier unnötige Beschwerde, weil, das ist ja alles Zufall. Gehen wir davon aus, ja. Ähm. Dann haben wir dreimal das Pech gehabt, dass nicht das Board kommt. Und dann beim vierten, wo wir die Farben wieder nicht nehmen, komischerweise. Dann ist auf einmal das Board da, ja. Also das ist immer, uh, Ganze, kannst du auch wirklich immer nur die waghalsigsten Vermutungen aufstellen, ne. Aber jetzt gucken wir mal, wir haben jetzt gerade ganz viel Lila gehabt, ja. Jetzt gucken wir mal, ob das wieder so ist. Oder ob jetzt wieder was komplett anderes kommt. Ist jetzt auch nicht der Brüller, ne. Ist jetzt auch nicht der Brüller, ne. Ich kann das gleich schon weg, ey. Er ist schon ja zu viel, weißt du? Und Ureo ist auch weg. Fick dich. Er kriegt, er kriegt echt zu viel. Da hört der Spaß echt auf. Da hört der echt auf. Und jetzt noch Cage, ne? Ich meine, macht ja eh keinen Unterschied mehr. Hört er eh weg, ja. 50-50-Shorts und, äh, weiß genau, wen es trifft, ne? So, dann würde ich sagen, haben wir morgen keinen Turniertag, ne? Das, das gebe ich mir gar nicht erst. Was soll ich hier noch großartig machen? Guck mal, noch einen Angriff, dann sind wir weg. So, noch gelb spielen, juhu. Oh. Ich, ich weiß noch nicht mal, was ich dazu sagen soll, ja? Wir haben die Kiste noch nicht mal vollgekriegt. Wir haben, wir haben elf Helden besiegt. Wir haben elf Helden besiegt. Ja, das Spiel, das gibt und nimmt, ja? Ein guter Krieg und kriegst direkt, bam, voll in die Fresse beim Turnier. Also, weiß ich nicht, ähm, wer das sieht, fang gar nicht das Spiel erst an. Wirklich. Wirklich. Lass es einfach. Ihr Freunde, macht's gut. Ja, wir sehen uns. Ciao.